So, willkommen zurück zu Let's Play, ähm, Sniper Goes to Warrior und wir fangen gleich an und schack, in die Fresse und das haben wir schon gesehen und gut. Razer Six Four, hier Alpha Nine, hörst du mich? Alpha Nine, hier Razer Six Four, ich höre dich laut und deutlich, aufhören. Jede Menge feindliche Aktivitäten vor dir. Wir müssen zusammenarbeiten, also rühr dich nicht, bevor ich dir grünes Licht gebe. Halte den Kopf unten und sei vorsichtig. Los. Gut. Stopp. Siehst du die Wachen da oben? Ja. Du nimmst dir den Linken vor. Ich kümmere mich um den Rechten. Was, wenn ich den Rechten abschieße? Eins, zwei, Kratzen. Ich meinte den auf der linken Seite. Ich weiß. So, und da ist es. Aber sei leise. Niemand darf etwas davon mitbekommen. Nicht übel. Nicht übel. um doch das kommt auf dem da kann wird sich das schatten da und dann ist man die Tutsche die sind grafige manche stellen gut und manchen schlecht es war zu sagen das ist ein bisschen klar, es ist eine Marke mehr wie ein Trümpfer, aber mit einem starken Schmerz geh hinter der Maul Du musst deine Position wechseln, ohne gesehen zu werden. Du wachst auf den Boden, dann lauere die Straße. Du wachst auf die Straße. Ja, ich hatte den letzten Monat. Ich habe den Tag in San Sebastian. Du wachst mich auf den Dr. Alvaraz. Ok, los. Du wachst mir etwas, damit du dich nicht verletzt. Das war knapp. Ja, das war knapp. Ja, das ist eine neue Marke. Möchtest du? Ja, das ist ein Wetter. Du wachst mir. Du wachst mir. Du wachst mir. Ich weiß ich nicht, aber ich kann auch meine Position nicht aufgeben. Du musst aus den Augen ihnen raus. Behalt einfach deine Umgebung im Auge, dann klappt das schon. Ich geb dir Bescheid, wenn ich dich wieder im Blick hab. Tue das! Du wachst mir. Ach, verdammt! Ah, Schloch. So. Der ist dann schon mal nicht in ihrem Leben und wir können weiterziehen. Und da ist noch zwei. Ich weiß nicht, ob die Typen treffen. Ich denke mal nicht, deswegen lasse ich das einfach mal. So. So. Okay. So, den retten wir schon mal. So. So, das Ganze ist natürlich schön ankartt. Und ich hoffe... Ja. Oh, ey. Moment mal. Oh, das muss ich gleich machen nach der Aufnahme. Der Weg zum Trennpunkt. Du musst vorsichtig und schnell sein, um feindlichem Beschuss zu entgehen. Oh. 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 Ja, ich weiß ja das nicht. Was sagt der? So, erst mal von um gucken. Okay. So, dann wenden Sie an dem Fahrzeug dran. Okay. So, dann wenden Sie ein Seil, um da runterzukommen. Ja! Aaaaaah! Zipet, ja! Was war das? 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 So, Speed. Ja, ihr werdet alle sterben, ihr werdet alle stehen, obwohl keins normaler Sniper zählt auf dem Kopf. Was? Was ist das stimmlichste, was der machen würde? Hä? Ja. Ja! Okay. Komm schon, wo bist du, Alde? Oh, fuck! Los, go! Zero-Zo! Wamm, Arschloch! So, also wir werden keine Feine mehr angezeigt, dass wir in Russian jetzt einfach mal so richtig geil durch. So. Gut. Boah, fick dich. Endlich neue Grafikkarte und alles. Also das kann ich ja alles noch wunderbar mit der Zocken, obwohl die von 2008 ist, kann ich hier momentan noch alles auf der höchsten Auflösung zocken. Nur wenn ich jetzt AC... Entschuldigung, ich bin als Mikro. Nur wenn ich jetzt AC Assassin's Creed 3 dann... Also wenn das dann anfängt. Also wenn das Projekt dann startet.